Hallo zusammen, herzlich willkommen im Kanal WWWino. Was wir versprochen haben, machen wir auch wahr. Wir haben es letztens angekündigt, wir wollten den Kanal für euch, für uns ein bisschen erweitern. Wir wollten interessanter werden und wir werden eine neue Rubrik gründen. Diese Rubrik nennt sich Frag doch mal den Kellermeister und den habe ich live und in Farbe heute neben mir stehen, den lieben Sascha und ja Sascha, hau rein. Ja und los. Ja, ich bin der Sascha, bin kurz zu meiner Erfahrung, also ich bin die letzten 15 Jahre unterwegs gewesen, habe in verschiedenen Weinkellern gearbeitet, in Neuseeland, in Kalifornien und in Frankreich, zuletzt als Produktionsmanager in einem großen Weinkeller in Kalifornien, wo wir zwischen 30 und 40.000 Tonnen gepresst haben, habe Erfahrung in kleinen Weinkellern von 25 Tonnen bis 100 Tonnen, soviel dazu. Und ich bin dafür da, dass ihr mir Fragen stellen könnt oder wir werden auch verschiedene Fragen behandeln, die mit dem Weinkeller zu tun haben, also das soll heißen von Zeitpunkt, wo die Trauben in den Keller kommen bis zur endgültigen Flaschenabfüllung, was da passiert mit dem Wein, mit den Trauben im Weinkeller, wie man das so macht und das wird bestimmt interessant. Freut euch drauf. Richtig.